Kommen Sie auf den Punkt, denken Sie vielleicht kurz nach, was Sie sagen wollen. Und wir haben noch eine Bitte aus dem Publikum, vor allem von den Jüngeren von uns. Sprechen Sie bitte so, dass Ihr Enkelkind oder Ihre Kinder im Alter von zehn Jahren vielleicht das verstehen. Weil das ja auch unsere Zielgruppe ist. Dann Herr Pesch, einen Moment. Ja, wir stellen Ihnen eine Stoppuhr. Und los. Mein Name ist Klaus Pesch, bin 59 Jahre alt, verheiratet, habe drei Kinder, wohne seit 25 Jahren in Ratingen. Seit dieser Zeit arbeite ich an verschiedensten Aufgaben für die Stadt Ratingen und würde das gerne selber weitermachen. Und in den letzten sechs Jahren haben wir unwahrscheinlich ganz viel vorgenommen und ich glaube auch sehr viel Arbeit. Dankeschön, Herr Pesch. Das war ein sehr gutes Stück. Herr Vogt. Ja, hallo zusammen, herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Rainer Vogt. Ich bin 54 Jahre alt, verheiratet, Vater von drei Kindern. Seit elf Jahren im Rat, seit sechs Jahren stellvertretender Bürgermeister, seit drei Jahren Fraktionsvorsitzender der Bürgerunion. Und bin heute hier als Bürgermeisterkandidat der Bürgerunion und möchte dahin, wo Herr Pesch gerade ist. Erstmal Respekt, Sie haben es tatsächlich beide genau in 20 Sekunden geschafft. Das ist toll, das wollen wir heute so weiterführen. Vielleicht ist diein, wo Herr Pfleger und's Saturday Stunden. Herr Pfleger. Danke. «